Hallo! Ich pranke den Dönermann meines Vertrauens, Part 4. Hallo, mit wem spreche ich denn da? Ich bin Alibaba-Döner. Alibaba-Döner, genau. Wolltest du mal was fragen? Und zwar könnte ich vielleicht einen Döner bestellen mit Elefantenfleisch? Kollege, ich bin... Kollege, Döner bestellen wir nicht. Ich hab mal Wäschefleisch. Ich bin Rehn, Kappel und Hütchen. Was haben Sie da? Haben Sie Rindfleisch? Ich bin Rindfleisch. Ah, sind Sie... Hund, 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 Hund. Sind Sie ein Rind? Ich bin nicht Rind. Ich bin Rindfleisch. Rinderfleisch. Ja, und gibt's auch Elefantenfleisch? Elefantenfleisch, Nachbar. Indische, Indische, Indische. Ja, Kollege. Spann mal. Nein, nein, ich mach euch Spaß. Ihr habt Hunger. Hallo! Warum, was ist denn passiert? Ja, fünf Tage, Elefantenfleisch. Tauberfleisch. Schweinefleisch. Astofffleisch. Scheinefleisch. Hallo! Lappapp! Nicht scheiße, mach Lappaston! Du, ihr habt ihn gerade nur verstanden. Sorry, gell. Hallo! Lappapp, Idiot! Ich bin der Stamm! Also, hören Sie mal. Hallo! Ich werde sie anzeigen wegen Pleidigung, gell? Ja, Anzeige! Ich scheiße, Jan, Mann! Ich scheiße, Jan! 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 Warum rastet sie denn immer aus, wenn man sie begrüßt? Was sind das ребенbar machen? Hallo? Lappapp! Hallo?